Mit dem grauen Burgunder aus der Collage-Linie zeigt der Pfälzer Winzer Christoph Hammel, wie wohl sich diese Burgunder-Sorte in den Kirchheimer Lagen fühlt. Dieser frische, füllige Wein verfügt über eine wunderbar feinfruchtige Art und eine enorme Finesse, gepaart mit einer großen Eleganz. Das ist wirklich ein toller Grauburgunder mit Tiefgang. Und wie bei allen Weinen von Christoph Hammel, hat auch dieser Grauburgunder eine extrem süffige Art.